Auf 50, der Nummer 10, Ben Lukas Renzer von der FC Wiesbauer Hütte. Auf 6.100, der Lokalmarador Janosch Kettner. Dahinter haben wir den Emilio-Romeo-Stern aus Beuern. Die 203, dahinter ab 8.20 in der Trette. Auf 9.21, Lukas Lankertz. Auf 10.949, Mario Schöle. Schaut euch an. Die Dame. Kämmer. So, noch eineinhalb Minuten, bloß eine Runde. Ich bin der Kumpel, der Kumpel ist.